Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Wir spielen FIFA 16. Wir sind immer noch in Liga 8. Mit mir zusammen spielt Margo im Sturm. Ich, der Dennis, bin ebenfalls im Sturm. Und Z.O.M. spielt jeweils Kalle und André. Viel Spaß dabei. Hast du gesehen? Meiner hebt sie die Faust. Schau dir einig. Du Ladyboy. Guck mal Borat. Borat schäst auf russische Schafen. Unterer Pfosten, der geht auf den unteren Pfosten. Klasse, aufgepasst vom Torwart. Der ging mir ja so mittig aufs Tor. Jawoll. Und den spielt er gleich wieder zurück. Ich hab versucht rein zu flanken. Das war... ...geblieben worden. Nicht sicher hinten ab. Oh, schade. Hast du Power-Kopfball? Das sind Ärger. Feuer-Kopfball hat das. Dennis redet nicht mehr mit uns. Denn er ist ein Ladyboy. Ein Ladyboy. Hol die Eier raus, Chantal. Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh. Na, drauf da. Hand. Er köpte mal zum Mitspieler. Und rein damit. Oh. Scheiße. Also. Das sind Stunden in der Luft dann immer, ne? Jawoll. Komm, geblieben. Jawoll, dann lasse. Jawoll. 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 Wo ist Kamera? Wo ist Kamera? Gibt's nicht. Dennis, bist du noch da? Ja, das ist der Bot. Das ist der Bot. Das ist der Bot. Ja, die hören gleich aus. Die brechen das Spiel ab. Weil Anneli die ganze Zeit was über Ladyboys singt. Normale. Schade. Schade. Nein. Ich hab so schnell versucht zu fordern, wie es nur ging. Ja. Ein runter. Margot, was warst du da? Ich fragte. Das wird gefährlich. Ich will, dass du Kopfball machst, Landry. Puh. Margot. Fuck. Da wollte ich zu viel. Jawoll. Ich seh schon die doote Karte in diesem Spiel. Oh. Hätte ich den getroffen. Boah, boah, boah. Super mitgespielt. Da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier. Okay, jetzt machen wir nochmal das 2-0. Dann brechen sie wirklich ab. Oh, wo spielt ihr denn hin? Ich konnte gar nicht. Zu mir. Ich hab nicht mal fordern können. Da war der Ball schon weg. Oh, faul. Oh, nicht zu mir zurück, Mann. Da ist der Wind geistig, ey. Erstmal versuche ich runterzulegen. Da bin ich. Ich bin gefoult. Wenn du so weiter machst, dann hast du weiter gesucht weg als Ladyboy. Was? Am blauen Fleck. Was? Kämpf, kämpf weiter. Nicht zu mir. Shit. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Schlecht ausgespielt, Jungs. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch der Karte. Ist doch nichts passiert da. Sofort ausgeführt. Ja, kommt. Ich hab's zurück. Ich mach' die Flie cast. Nee, ich hab' die Flie cast. hat er noch die botze gekämpft ich bin oben tötet ihn mal bitte jemand scheiße es ist doch auch ein faul ja danke hat er gefissen die nach miste ja bringt ihm was macht er da das wahrscheinlich habe niemand hat gefordert lässt den ball quasi die sind so schlecht bitte jetzt hier die sind insofern gefährlich weil die halt einfach irgendwie spielen wahrscheinlich wissen sie nicht mal welche tasten die dritten die machen x und kreistaste jetzt kommt noch ein tor vor der halbzeit nein ich bin zu langsam nein nein ich möchte jetzt nicht grätschen weil dann krieg ich wirklich rot oder so voice nachricht an den stürmer also der muss ja dann muss der quadrat durchgedrückt keine ahnung ja gut du kennst das ja manchmal da dreien und tipps allein sogar noch zeit gehabt also das kenne ich nicht also das war ja mega schlecht er hat darauf noch ein knopf drauf gelegt und das sind die jahre und zwei kreisknöpfe das wie mit dem rapid fire controller von battlefront es geht weiter die zweite hälfte wurde angepüfft klasse aufgepasst er kommt an den ball um ihn herum tanzen um ihn herum tanzen zu zeigen wie lachhaft er ist um ihn herum tanzen ist gut du bist so schlecht ich tanze um dich ja dumm m schwein das war ja 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 gebot gemütlich und der beiflucht einen millimeter über meinem kopf hinweg ja auch cool bot das zu dem ja aber besser als auf mich nicht zurück ich fordere sowieso kein ball die schlechte schön machen ja schade das war nicht schlecht gemacht aber das dennis auf dennis hast du nicht gemerkt meine taktik jetzt hast du gedrückt hast schade schade johol schade jetzt mache ich guck mal rein denn ich stelle durch maro geht an da wo immer und dann ist ein stück weiter nach unten also weiter ja weil die kommen manchmal nämlich ein tschuk tschuk weiter und dann würde dennis gut stehen schade aha soll ich noch mal sagen dass ich kopfball mache jetzt oder was oh die war schlecht wo nur ooo kohle schade abstoß leider was die vorbeigesegelt ohr schade dennis noch mal das kann man auch mal pfeifen ja wenn man die nicht 2 1 wollen oder für die kraft ohr das wäre mal auch ein guter spiel zu gewinnen da fehlt dir leider dann die kraft wie es so manchmal ist jawoll er stellt den kraft ein und kann den schuss blocken an gar kein der ball kommen wir haben so viele angriffe gemacht Kurve jungen wahl 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 und da geht der Freistoß jetzt muss ich von da enttäuschen sein für mich noch nie musste sich keine Sorge hätten auch gott sei dank muss ich nicht von da ein Tor schießen holt er sich worum sind wir denn hier hinten offen wie offen ich wollte das nicht jugend schweiß sagen ich lass es lieber okay das ist besser ich sag die Kombination passwort lautet bockwurst torne alle habt ihr grad diesen blog gesehen habt ihr das gesehen ja mal wir haben es aufgenommen was du das blocken keine chance ja andré hier steht alle da weit weg du stehst auch 180 m entfernt ja ich bin ja auch ja ich kann aber auch niemanden anspielen aber weder bot und da stehen drei leute auf meinem boah weg damit du meinst du diese bockwurst die dir grad in die hose gemacht hast ja die hab ich gehört kein wunder was die zuschauer hier soll ich von da dafür hier ist sprenger geht hat gelb gekriegt jetzt mal die perfekte flanke ja dennis will nicht hoch springen er will zum stand machen jetzt jetzt kann er so bis trans schwarz fuck immer diese ausrede kalt er fuß 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 ich bin jetzt die deutsche bahn klasse das war gut aber nicht recht der Funktion er braucht sich nicht aufregend zu sein gestehen kann sich höchstens über den sau starken bot aufregen wir stehen dazu zweit und er will den ball haben das geht so spielt man eigentlich in der einwurf relativ schnell aus ja von der seite dürfen nur die bots schlagen keiner fragt mich bitte nicht warum oder weshalb oder scheiße das ist immer gut keine ahnung der kam so dass ich gesagt habe okay scheiß drauf also ja so war richtig 90 noch schon du stehst nicht eher abseits dennis da ist noch einer da gibt einer richtig ich habe immer nach vorne ja komm komm sagt immer richtig dann noch vorne schade naja ist vorbei wir wollen vielleicht später battlefront vielleicht bar und aufnehmen so das war das war jetzt erst mal fürs zuschauen das war jetzt erst mal fast der aufstieg ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020